So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und ich drehe komplett durch den ganzen Tag, habe ich drauf gewartet. Jetzt war ich kurz beim Geburtstag, jetzt wollte ich eh zurück, weil ich ja 20 Uhr Chill mit Ramses machen will. Und jetzt hauen die die Infos raus. Morgen wechselt der Raid-Boss, morgen ist die Oxys weg. Die Oxys verschwindet, ein neuer Raid-Boss kommt, keiner weiß was kommt. Jetzt schmeißen die alles auf einmal raus und es ist so viel Zeug. Es gibt Infos über alles mögliche, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Ich bin jetzt auf der offiziellen Pokémon GO Seite, PokémonGoLive.com. Da könnt ihr auch immer alles nachlesen. Mit der Alola-Jahreszeit begrüßen wir weitere Alola-Pokémon. Es gibt direkt ein erstes Event, was losgeht ab morgen. Da möchte ich vielleicht ein extra Video dazu machen, ich weiß es nicht. Season of Alola, es ist ein Beitrag über die komplette Season da. Es ist ein Beitrag über den Community Day da im März. Es ist ein Beitrag über die Go-Kampf-Liga. Es ist der Beitrag, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe, der uns den kompletten März beschreibt. Mit Raid-Boss, mit Spotlights, mit allen möglichen Dingen. Und es ist noch kommende Änderungen an Erkundungsboni in Pokémon GO. Jetzt muss ich kurz tief durchatmen und erstmal den März-Event-Kalender abfertigen. Denn der Event-Kalender ist da für den kommenden März. Jetzt wissen wir auch, was morgen nach die Oxys in die Raids kommt. Und wir wissen auch den Rest, hoffe ich, dass da auch der Feldforschungsdurchbruch dabei steht. Und hier auch nochmal der Vermerk auf den Community Day, was hier auch nochmal gezeigt ist. Hier ist es halt ausführlicher. Hier ist es kurz abgefertigt. Sandan wird der Community Day im März. Gleichzeitig mit Alola-Sandan, was ja auch dazu passt. Die Alola-Season, also Alola-Sandan und Sandan im Community Day. Das wird den Benjamin, glaube ich, freuen. Am 13. März, schreibt euch das auf, 13. März Community Day mit Sandan und Alola-Sandan. Bevorstehende Events. Willkommen in Alola. Das ist genau das, was morgen startet. Vom 1. März bis zum 9. März. Das erste Event, was startet, ist eben dieser Artikel. Nochmal extra. Da geht es also morgen direkt los. Dann haben wir ab 15. März das Farbfestival. Können euch auch schon mal eintragen. Und prächtiger Dschungel ab 22. März. Das sind drei Events im März, die wir jetzt schon wissen. Die wir uns jetzt schon eintragen können. Gleichzeitig die Raid-Kämpfe der Stufe 5. Ich glaube, ich erstick gleich. Wo ist der Feldforschungsdurchbruch? Morgen nach die Oxys kommt Kapuriki. Habe ich noch nie gehört. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber Kapuriki kommt aus der Alola-Region. Ihr werdet das wahrscheinlich kennen. Ich kenne es nicht. Das legendäre Pokémon Kapuriki ist einer der Schutzpatronen der Alola-Region. Erscheint ab März in Raid-Kämpfen der Stufe 5 im Pokémon Go. Auch die Tiergeistform von Boreos erscheint in Raid-Kämpfen der Stufe 5. Finde ich interessant, weil Voldolos und Demeteros habe ich ja jetzt schon als Hunderter. Boreos in der Tiergeistform nicht. Das heißt, Raid-Manias können kommen, Raid-Stunden können kommen, Boreos in der Tiergeistform als Hunderter zu bekommen. Und wie man hier sieht, wohl mit seiner Shiny-Einführung. Denn als Shiny gibt es das noch nicht. Bevor aber Boreos ab 15. März kommt, haben wir eben morgen ab 1. März bis zum 15. März wieder Dienstagwechsel Kapuriki. Das allererste Mal im Pokémon Go. So, deshalb nicht Shiny, wie gut oder schlecht das ist, weiß ich nicht. Ich werde es erstmal mit dem ruhig angehen lassen, den täglichen Pass machen, Raid-Mania mitnehmen. Wenn der irgendwann wiederkommt und auch Shiny sein kann, dann kann man ja mehr machen. Ich werde erstmal Ruhe bewahren. Bei Boreos vielleicht die Hunderter-Jagd, jetzt wo es auch Shiny sein kann. Dann haben wir wieder den weiteren Wechsel am 22. März bis Dienstag 5. April drei Fragezeichen. Das heißt, es wird noch einen weiteren Boss geben, der jetzt aber noch nicht feststeht. Eigentlich wäre es ja nur logisch gewesen, wenn sie nach Boreos auch Voldolos und Demeteros in den Tiergeistformen wiederbringen mit Shiny-Einführung. Wenn das aber so wäre, hätten sie es eigentlich schon schreiben können, welches von den beiden nach Boreos kommt. Und dann wissen wir schon, dass im April das dritte kommt, aber es ist ein Fragezeichen. Geht ihr jetzt davon aus, dass trotzdem die zwei anderen Tiergeistformen kommen oder wieder was ganz anderes? Ich weiß nicht, in wie weit Boreos jetzt hier reinpasst, in dieses Schema, aber Boreos neu als Shiny, Kaburiki komplett neu, aber eben nicht als Shiny. Mega-Rates wechseln auch, wechseln genau wie die oberen Wechseln, solange wie Kaburiki da ist. 1. bis 15. März wird es auch Mega-Bisa-Floor geben. 15. bis 22. März, solange wie Boreos da ist, wird es also auch Mega-Schlappohr geben. Wohl mit am uninteressantesten. Und 22. März bis 5. April, wenn die drei Fragezeichen kommen, sehen wir Mega-Klurak. Für viele wohl der interessanteste der drei Mega-Rates, aber eigentlich auch, weiß ich nicht, ziemlich ausgelutscht, sag ich mal. War ja schon am Anfang da, aber Mega-Klurak ist trotzdem immer noch eins der interessantesten, besten und stärksten Mega-Pokémon, die wir aktuell haben. Raid-Stunden. Wir kriegen also zweimal Kaburiki, einmal Boreos und zweimal den, den wir noch nicht wissen. Das heißt, das neue kriegt gleich zwei Raid-Manias ab. Wöchentliche Bundles für eine Poke-Münze, wisst ihr, jeden Monat könnt ihr da in den Shop rein, könnt euch da für eine Poke-Münze euer Bundle abholen mit einem Fan-Rate-Pass drin. Pokémon im Feldforschungs-Durchbruch wird Alola-Wulpix sein. Passt zu Alola, ähm, ansonsten, ziemlich unspektakulär, würde ich sagen. Da hätten sie, wenn sie schon ein Sandan-C-Day machen, hätten sie auch ein Wulpix-C-Day machen können mit Normal- und Alola-Form. Aber egal, dann hätten sie das in den C-Day und das andere in den Feldforschungs-Durchbruch. Lieber Sandan ist irgendwie nützlicher, finde ich. Deswegen lieber davon einen C-Day. Also Alola-Wulpix, der neue Feldforschungs-Durchbruch. Rampenlichtstunden, das ist auch wichtig, weil da geht's morgen ja auch schon los. Morgen 18 Uhr ist die Rampenlichtstunde mit Tragosso, auch als Shiny, und doppelten Verschick-Bomboms. Die Woche drauf, 8. März, Owei, Shiny, doppelte Entwicklungs-EP. Die Woche drauf, Fucano, 15. März, Shiny, doppelter Fangstaub. Die Woche drauf, Mogelbaum, 22. März, doppelte Fang-EP, Shiny. Und die letzte Woche, 29. März, Paras, doppelte Fang-Bomb-Bomb. Shiny, ich glaube, von den Pokémon, die hier sind, müsste Paras eigentlich das seltenste sein, vom Shiny her. Und von, ja gut, was ist hier Doppelstaub? Fucano. Ich glaube, Fucano ist das Coolste. Fucano ist für mich die beste Stunde, Kando-Pokémon, Shiny und Doppelstaub. Also, ich brauche keinen Shiny mehr von denen, die habe ich alle. Vielleicht ein bisschen XL sammeln, um was hochzupuschen. Mal schauen, weitere Feature-Updates wird es sicherlich... Was steht da? Im März wird es ein Update für die Darstellung von Arena und Pogestops geben. Diese Spiel-Standorte werden dann unterschiedlich dargestellt, je nachdem, ob ihr euch innerhalb von 40, 80 oder außerhalb des Radios befindet. Also, meh dann. Es handelt sich lediglich um eine visuelle Änderung, die keinen Einfluss auf das Gameplay hat. Ja gut, visuell ändern die ja öfters mal was. Da ist auf jeden Fall jetzt erst mal der Event-Kalender für den März. Wulpix, Feldforschungsdurchbruch. Ja, nein, vielleicht. Interessiert mich nicht so. Rampenlichtstunden. Wer da noch einen Shiny mag, wer Bonbons sammeln möchte, was ist euer Favorit? Eigentlich finde ich Mogelbaum als das coolste Pokémon. Aber vom Bonus her, Doppelstaub bei Fucano. Schreibt es euch auch wirklich jeden Dienstag wieder, was da reinkommt. Und was ist euer Favorit? Und was sagt ihr zu den Raid-Bossen? Neuer Raid-Boss da, mal gucken, was der kann. Ansonsten Boreos, Shiny-Tiergeist, feiere ich trotzdem. Und vielleicht springt ja das hunderter ab. Mega-Raids, finde ich alle nicht so interessant. Wenn ihr da noch Mega-Energie braucht, sagt Bescheid. Da können wir vielleicht auch was deichseln. Und ansonsten würde ich sagen, war es das erst mal mit dem März-Event-Kalender. Und vielleicht kann ich ja gleich noch ein Video machen zum Sea-Day, dass wir nochmal kurz auf den Sea-Day schauen. Und eins auf das Event, was morgen startet und was uns da alles erwartet. Ich möchte das nicht alles in ein Video packen. Also, das alle Infos erst mal für den März. Wir sehen uns gleich wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.